Musik 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 Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neuland. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und das heutige Video ist gegliedert in zwei Teile. Im ersten Teil soll der Beweis angetreten werden, warum Olaf Scholz mittlerweile allein international auf Battle-Reise geht und nicht mehr Annalena Baerbock. Es handelt sich um einen Zusammenschnitt. Zusammenschnitte sind nie ganz fair. Nichtsdestotrotz denke ich, dass dieser Zusammenschnitt dennoch ganz gut illustriert, wie gesinnungsethisch Baerbock unterwegs ist und dass das diplomatisch international einfach nicht gut ankommt. Und nebenbei bemerkt sind natürlich die Reisen von Olaf Scholz jetzt auch nicht erfolgreicher als sie von Annalena Baerbock. Aber er ist zumindest, sagen wir mal, mit einem anderen Gustus unterwegs und das ist ja auch schon viel wert. Dass er von seinen Reisen nichts mitbringt, kann ja nicht verwundern und ist jetzt auch nicht Thema dieser Sendung. Also den ersten Teil, den lassen wir jetzt einfach mal so durchrauschen, unkommentiert und dann widmen wir uns der Hammerrede von Olaf, Herr Olaf sag ich schon, der Hammerrede von Robert Habeck, zumindest wurde sie so kommentiert und in den Medien gefeiert und auf Twitter und ich weiß nicht überall, sind die Leute unglaublich dankbar, dass Robert Habeck die Situation entwirrt hat, wie er es selbst bezeichnet hat. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass er irgendwas entwirrt hat, sondern ziemlich verwirrt aufgetreten ist. Aber dazu kommen wir dann im zweiten Teil. Jetzt also Annalena Baerbock in einem unfairen Zusammenschnitt. Ist das ein Einschnitt auch für die deutsche Außenpolitik? Ja, aber wir sind vor allen Dingen mit diesem unglaublichen Leid, der brutale Angriff, aber diese Folter, diese Brutalität. Es ist enorm wichtig, dass wir gerade mit Ägypten und Jedornien, 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 Jedornien jetzt im Kontakt sind, weil die Situation ist ja so furchtbar auf barbarische Art und Weise. Wenn Hamas nicht vernichtet wird, dann wird es keinen Frieden in der Region geben. Trauen Sie sich diese Vermittlerrolle in diesem Konflikt zu? Es braucht in dieser so furchtbaren Situation, in dieser furchtbaren Situation, und ja, es kann jetzt nicht einfach eine Waffenstillstandsforderung geben. Dann droht aller, 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 aller Schlimmstes und genau daran müssen wir mitwirken. Das unterstreicht, wie wahnsinnig komplex diese furchtbare Situation gerade ist von Terroristen, die, wie wir ja auf furchtbaren Videos gesehen haben, auf barbarische Art und Weise Kleinstkinder, Frauen, Männer, Alte verschleppt und misshandelt hat. Das ist der Unterschied zwischen Staaten, die im Rahmen des Völkerrechts handeln und Terrorismus, der in der Welt deswegen ja auch geächtet ist. Wenn es einfach wäre, hätten wir diese furchtbaren Krieg, hätten wir diese furchtbare Situation ja nicht. Wie gesagt, es sind die schlimmsten Gespräche, die man eigentlich führen kann. Dazu ist Diplomatie ja da. Soviel also zur fürchterlichen Annalena Baerbock über den geächteten Terrorismus in der Welt und jetzt Robert Habeck mit seiner Hammer-Rede. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel ist jetzt bald vier Wochen her. Viel ist seitdem passiert. Politisch, aber vor allem für die Menschen, so vielen Menschen, deren Leben von Angst und Leid zerfressen wird. Die öffentliche Debatte ist seit dem Angriff aufgeheizt, mitunter verworren. Ich möchte mit diesem Video einen Beitrag dazu leisten, sie zu entwirren. Ja, und da bin ich halt der Meinung, dass ihm das so gar nicht geglückt ist. Obwohl, oder vielleicht auch gerade, weil er so wahnsinnig viel Applaus aus Medien und sozialen Medien und, ach was weiß ich nicht, von Künstlern, diese ganzen gefallenen Helden, keine gefallenen Engel, gefallenen Helden, diese ganzen, ach naja, lassen wir das jedenfalls. Ich finde, hier ist überhaupt nichts entwirrt worden. Also los geht's. Robby, leg mal los. Zu viel scheint mir zu schnell vermischt zu werden. Der Satz, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, war nie eine Lehrformel. Und er darf auch keine werden. Er sagt, dass die Sicherheit Israels für uns als Staat notwendig ist. Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung. Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Großeltern von Annalena Baerbock, die haben, glaube ich, das ist eine andere Geschichte. Okay, lassen wir das. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdin und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Okay, man muss dazu in aller Deutlichkeit sagen, dass diese Gründung Israels gleichzeitig Heimatlosigkeit für die Palästinenser bedeutet hat. Also seit 1948. Man muss es einfach im Kontext mit aufnehmen. Es spielt nun mal beides zusammen. Es sind beides Fakten, die man berücksichtigen muss. Zunächst mal völlig wertfrei. Das ist ein historisches Fundament dieser Republik. Die Verantwortung unserer Geschichte bedeutet genauso, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland frei und sicher leben können. Dass sie nie wieder Angst haben müssen, ihre Religion, ihre Kultur offen zu zeigen. Genau diese Angst aber ist nun zurück. So, und hier wird überhaupt nichts entwirrt, sondern etwas gnadenlos vermischt. Nämlich die Situation in Israel und die Situation in Deutschland. Das sind völlig unterschiedliche Baustellen, die man dementsprechend auch separat voneinander betrachten muss. Und die zunächst mal von der Ausgangsposition her nichts miteinander zu tun haben. Nichts Direktes miteinander zu tun haben. Also hier eine Vermischung vorzunehmen ist verwirrend, nicht entwirrend. Ich habe kürzlich Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Frankfurt getroffen. In einem intensiven, in einem schmerzhaften Gespräch erzählten mir die Gemeindevertreterinnen und Vertreter, dass ihre Kinder Angst haben zur Schule zu gehen, dass sie nicht mehr in Sportvereine gehen, dass sie auf Anraten ihrer Eltern die Kette mit dem Davidstern zu Hause lassen. Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Ja, auch das muss man ein kleines bisschen einordnen. Zum einen ist es so, dass es, das habe ich vor kurzem auch schon geschrieben, natürlich gibt es Antisemitismus in Deutschland. Es gibt Judenhass in Deutschland. Den gibt es vermutlich schon seit Gründung der Bundesrepublik. Was nicht zuletzt ja auch daran liegt, dass viele Nazis ja dann in Verantwortung gekommen sind in der Bundesrepublik. Und dementsprechend gibt es in Deutschland seit Bestehen der Bundesrepublik Antisemitismus. Das ist mal mehr, mal weniger gewesen. Und möglicherweise ist es jetzt auch mehr. Ich muss das aber wirklich vorsichtig formulieren, denn man muss natürlich Antisemitismus, Judenhass hier unterscheiden von Kritik an Israel. Und was Israel gerade macht, begründet mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Man kann es nur als Wahnsinn, man kann es als Genozid, als Massenmord, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, als Mord, Totschlag, was auch immer bezeichnen. Die gestorbenen Israelis vom 7. Oktober, über 1000, sind tragisch, sind nicht zu rechtfertigen, nicht zu entschuldigen, Punkt, Aus, Ende. Dass mittlerweile aber nahezu 10.000 palästinensische Zivilisten umgekommen sind und im Gazastreifen leben fast 50 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich weiß es jetzt nicht genau, Frauen und Kinder, Jugendliche. Das steht in keinem Verhältnis. Das steht in keinem Verhältnis. Ich kann das nicht, ich weiß auch nicht, wie man auf eine andere Idee kommen kann, ehrlich gesagt. Baerbock hat ja vorhin gesagt, dass es nur Frieden im Nahen Osten geben kann, wenn die Hammers vernichtet wird. Das ist wieder so typisch Baerbock, das ist so kurzsichtig, das ist so undiplomatisch, unprofessionell, gesinnungsethisch und letztlich auch einfach blind, dass man sich wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Zunächst mal ist es, die Hammers ist ja kein Verein, wo man irgendwie das Vereinsregister einsieht und dann sieht man, wer alles dazugehört und die bringt man dann um. Abgesehen davon, dass man über diese Praxis auch durchaus streiten könnte, aber selbst wenn man das jetzt wohlwollend betrachtet und sagt, okay, ja, alle Hammers-Mitglieder müssen getötet werden. Das ist ja letztlich das, was Israel sagt. Was hat das zur Folge, dass dann Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung oder Ein-Staaten-Lösung oder was auch immer für eine Lösung damit vom Tisch sind oder gleich die Probleme ganz behoben sind? Natürlich nicht. Jetzt im Moment wird eine neue Generation von Hammers herangezüchtet, das sind nämlich die Überlebenden der Zivilisten, Menschen, die völlig traumatisiert sind, die mit dem Tod ihrer Angehörigen klarkommen müssen und die einen wahnsinnigen Hass auf Israel. Aber letztlich, wenn man sich die muslimische Gemeinde weltweit anguckt, keine Ahnung, 1,5 Milliarden Menschen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was passiert denn in deren Köpfen? Und natürlich kann man das alles verurteilen und kann auch verurteilen, wenn Palästinenser, wie es ja zu Anfang passiert ist, ich glaube, es ist jetzt nicht mehr passiert, ich wüsste es zumindest nicht, zu Anfang passiert ist, dass auf der Straße gefeiert wird, was die Hammers gemacht haben. Das ist natürlich überhaupt nicht zu begreifen und es ist auch verurteilungswürdig. Aber auf der anderen Seite muss natürlich klar sein, dass die Reaktion Israels und die Unterstützung Deutschlands für Israel, für dieses massenhafte Töten, doch nicht folgenlos bleiben kann. Ich meine, das wäre doch naiv anzunehmen, dass das der Fall ist. Und ob das jetzt dann in Deutschland tatsächlich Antisemitismus ist oder ob es nicht doch eher ein Hass, das Sinnen nach Rache gegenüber Israel, dem israelischen Staat ist, der israelischen Politik ist, der israelischen Armee ist, das bleibt zu beweisen und bleibt erstmal im Raum stehen. Ich glaube schon, dass Juden es im Moment schwerer haben in Deutschland, als sie es ohnehin schon hatten. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Palästinenser, Muslime in Deutschland leben, die jetzt mit der Reaktion Israels auf die Anschläge der Hammers konfrontiert sind. Und die womöglich auch schon Angehörige verloren haben. Ich meine, was soll daraus entstehen? Natürlich entsteht daraus Hass. Und damit komme ich auf diesen entscheidenden Punkt zu sprechen, weil jetzt alle Welt guckt nach Israel. Aber den Konflikt gibt es seit der Gründung Israels. Und die Tatsache, dass Israel eine Besatzungsmacht ist, das ist ja international sogar anerkannt. Also darüber hat ja vor dem 7. Oktober überhaupt niemand in dem Sinne gesprochen, als dass es hieß, nein, nein, Israel ist keine Besatzungsmacht. Natürlich ist Israel eine Besatzungsmacht. Und Israel besetzt Gebiete, palästinensische Gebiete, völkerrechtswidrig. Das ist so. Und dieses Problem hätte schon viel, viel früher behoben werden müssen. Und es wurde nicht gemacht. Es wurde von den arabischen Ländern, es wurde auch von den westlichen Ländern zugeguckt. Es wurde weggeguckt und es wurde mehr oder weniger ignoriert, dass da ein Pulverfass entsteht. Und ja, jetzt ist es zum Knall gekommen. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Man muss nüchtern feststellen, die westlichen Staaten, auch und insbesondere Deutschland, haben es versäumt, das Problem ernst zu nehmen und auf diplomatischem Wege daran zu arbeiten. Sie erzählten, dass sie sich selbst nicht mehr trauen, in ein Taxi zu steigen, dass sie Briefe nicht mehr mit Absendern versehen, um ihre Empfänger zu schützen. Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Und ein jüdischer Freund berichtete mir von seiner Angst, seiner schieren Verzweiflung, seinem Gefühl von Einsamkeit. Man muss im Übrigen dazu natürlich auch sagen, dass wir jetzt auch über das Problem von 2015 sprechen. Wir schaffen das, wir lassen alle rein. Und mittlerweile haben wir natürlich noch ein viel größeres Problem, weil jetzt ja auch noch über eine Million ukrainische Flüchtlinge dazukommen, da die Flüchtlinge, die ohnehin schon kommen. Und das überfordert die Sozialsysteme, es überfordert in erster Linie aber die Infrastruktur. Bei den Sozialsystemen kann man durchaus noch geteilter Meinung sein, insbesondere, wenn man das Geld jetzt anders verteilen würde. Also gut, will ich jetzt nicht tiefer einsteigen. Aber Fakt ist, die Infrastruktur ist grottenschlecht. Man blicke nur auf die Wohnungssituation und man blicke auch auf die Personalsituation im sozialen Bereich. Schulen, Kitas, Integrationskurse, Sozialarbeiter, Erzieher etc. Alles mies bezahlt, alles Mangelware. Und dementsprechend ist es im Grunde genommen vielleicht noch nicht so wie in Paris, wo rund um Paris herum im Prinzip gewissermaßen nur noch Arabisch gesprochen wird und auch ja überhaupt keine Integration stattgefunden hat. Das sind ja Gegenden, da traut man sich ja überhaupt nicht hin. Das sind Ghettos. Also Paris ist in Teilen ein einziges Ghetto. Und nichtsdestotrotz gibt es diese Tendenz natürlich auch hier. Und auch das fällt uns jetzt auf die Füße. Und mit all dem hat zunächst mal die Hammers nichts zu tun. Die jüdischen Gemeinden warnen ihre Mitglieder, bestimmte Plätze zu meiden, zu ihrer eigenen Sicherheit. Und das heute hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden, in Drohungen. Während es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig. Also da weiß ich jetzt wirklich nicht, was er meint. Also eine rasch brüchige Solidarität mit Israel kann ich wahrlich nicht feststellen. Weder im politischen Bereich, noch in den Bereichen der Bevölkerung, die man zumindest wahrnimmt. Und das sind ja eben auch die sozialen Medien. Also was da jetzt rasch an Solidarität brüchig ist, das weiß ich nicht. Was ich in jedem Fall weiß, ist, dass das Schicksal der Menschen im Gazastreifen seit dem 7. Oktober faktisch keine Rolle spielt. Und wir sprechen hier, wie gesagt, von mittlerweile fast 10.000 Toten. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, wenn das Video publiziert wird. Ich zeichne auf am 4.11. Wir sprechen von unzähligen Kindern, Frauen, Zivilisten. Es werden Krankenhäuser bombardiert. Es werden Flüchtlingslager bombardiert. Die Menschen werden aufgefordert, in den Süden zu flüchten. Und dann wird auch der Süden bombardiert. Also Entschuldigung. Solidarität wäre durchaus auch angemessen. Und ich denke nicht, dass die in Deutschland für Israel brüchig ist. Solidarität wäre angesagt für die unzähligen Zivilisten, die seitdem schon zu Tode gekommen sind. Durch Israels komplett unverhältnismäßiges Verhalten. Dann heißt es, der Kontext sei schwierig. Kontextualisierung aber darf hier nicht zur Relativierung führen. Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur. Aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Ja, was sagt er hier? Er sagt, dass er sich, er will überhaupt keine Kontextualisierung. Für Habeck bedeutet Kontextualisierung Relativierung. Relativierung von was? Relativierung der Taten der Hammers oder Relativierung des Dritten Reiches, weil wir gerade über deutsche Juden gesprochen. Relativierung von was? Ich weiß nicht, was er meint hier. Aber der Kontext ist natürlich wichtig. Wir leben nur dummerweise in einer Zeit, in der der Kontext einfach keine Rolle mehr spielt. Es geht nur noch ums Positionieren, ums Distanzieren. Kontext spielt keine Rolle mehr. Geschichte spielt keine Rolle mehr. Die eigenen Fehler spielen keine Rolle mehr. Eine Entwicklung von A nach B und der Weg dahin, wie der aussieht und zu was für Folgen, spielt alles keine Rolle mehr. Also hör mir bitte auf mit Relativierung. Natürlich geht es hier um Kontextualisierung. Es ist vonnöten, es ist wichtig hier zu kontextualisieren. Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort. Es braucht diese auch von den muslimischen Verbänden. Einige haben sich klar von den Taten der Hamas und vom Antisemitismus distanziert, haben das Gespräch gesucht. Aber nicht alle und manche zu zögerlich und ich finde insgesamt zu wenige. Das kann man so sehen, klar. Aber nichtsdestotrotz muss man darüber hinaus sehen, dass die Beurteilung dieses Konfliktes, dieses langen, schon sehr alten Konfliktes, aus sehr vielen Perspektiven möglich ist. Man kann das aus sehr vielen Perspektiven betrachten. Und dann kommt natürlich die persönliche Betroffenheit hinzu. Die persönliche Betroffenheit ist mal höher, mal weniger hoch. Und auch das führt natürlich zu unterschiedlichen Perspektiven. Ich gehe davon aus, dass jeder, nein, andersrum, ich habe es vor kurzem schon mal gesagt, ich distanziere mich nicht von Terrorismus, weil ich keine Nähe zum Terrorismus habe. Wenn ihr wollt, dann kann ich mich auch distanzieren von mir aus, aber es ändert nichts. Ich bin ja kein Terrorist und ich heiße Terrorismus oder Terroristen nicht gut. Also ich finde es schlimm und grauenvoll und verurteilungswürdig, verabscheuungswürdig. Gut, dann kann ich mich natürlich zusätzlich noch distanzieren, meinetwegen. Aber es ist im Prinzip unsinnig. Man muss sich nicht von etwas distanzieren, mit dem man sowieso nichts zu tun hat. Also ich bin sowieso schon weit genug weg vom Terrorismus. Und selbst wenn ich jetzt Muslime wäre, dann würde ich genauso argumentieren können. Und wenn Muslime auf der Straße demonstrieren, gehört das zunächst mal zur Meinungsfreiheit. Ich meine, es wurden Diskussionen verboten, weil etwas passieren könnte, hätte passieren können. Eventuell, unter Umständen, vielleicht möglicherweise, anzunehmenderweise, eventuell, ja man weiß es nicht so genau, aber wir verbieten es lieber erstmal. Was soll denn das? Aber ich meine, gut, wir müssen jetzt nicht über die Demokratie hier im Land sprechen. Also das ist ja sowieso nur noch, das ist ja Makulatur im Grunde genommen. Das ist ja nur noch, das ist ja verpufft. Und wenn natürlich judenfeindliche Äußerungen gemacht werden, natürlich muss dann durchgegriffen werden. Ist doch ganz klar. Logisch. Aber man kann doch nicht kollektiv zunächst mal sagen, jede israelkritische Demo läuft Gefahr antisemitisch zu sein oder geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, ist von vornherein per se antisemitisch. Judenfeindlich. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Man muss es kontextualisieren. Man muss es in einen Zusammenhang bringen. Und man muss unterscheiden, und es macht mich wütend, dass das nicht langsam mal irgendwie in den Köpfen ankommt. Man muss unterscheiden, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Kritik an der israelischen Politik und Judenhass. Das sind völlig unterschiedliche Geschichten. Und nebenbei bemerkt, inzwischen werden sogar Juden, orthodoxe Juden in Israel von der Polizei angegriffen, wenn sie sich für den Frieden aussprechen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Und es gibt enorm viel israelisch, beziehungsweise enorm viel Leute in der israelischen Bevölkerung, beziehungsweise eben auch vornehmlich Juden, die die Verhältnismäßigkeit tatsächlich verlassen sehen von dem, was Israel macht. Das sind Juden, das sind Israelis, die das so sehen. Die werden aber hierzulande einfach nicht erwähnt. Aber auch in Israel gibt es da ganz unterschiedliche Perspektiven. Nebenbei bemerkt, ohne jetzt eine Verschwörungstheorie aufmachen zu wollen, aber innenpolitisch ging es Netanjahu in den letzten Wochen, Monaten und sogar Jahren gar nicht gut. Und in jüngerer Zeit überhaupt nicht gut. Und dementsprechend hat selbst die Opposition nach dem 7. Oktober gesagt, vergessen wir das Ganze. Wir stehen jetzt wie ein Mann hinter Netanjahu, um uns jetzt zu rächen, Vergeltung zu üben. Gerechtigkeit, Rache, Vergeltung, auch das sind unterschiedliche Begriffe, die man auch unterschiedlich interpretieren kann und muss und definieren kann und muss. Die hier liebenden Muslime haben Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt. Zurecht. Wenn sie angegriffen werden, muss dieser Anspruch eingelöst werden. Und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Sie müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. Für religiöse Intoleranz ist in Deutschland kein Platz. Wer hier lebt, lebt hier nach den Regeln dieses Landes und wer hierher kommt, muss wissen, dass das so ist und so auch durchgesetzt werden wird. Unsere Verfassung schützt und gibt Rechte. Sie legt aber auch Pflichten auf, die von jedem und jeder erfüllt werden müssen. Beides kann man nicht voneinander trennen. Toleranz kann an dieser Stelle keine Intoleranz vertragen. Das ist der Kern unseres Zusammenlebens in dieser Republik. Das heißt, das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat. Das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden. Der islamistische Antisemitismus darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir auch in Deutschland einen verfestigten Antisemitismus haben. Nur, dass die Rechtsextremen sich gerade aus rein taktischen Gründen zurückhalten, um gegen Muslime hetzen zu können. Die Relativierung des Zweiten Weltkriegs, des Naziregimes als Fliegenschiss, ist nicht nur eine Relativierung des Holocaust. Sie ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer und Überlebenden. Okay, also jetzt ist er endgültig komplett falsch abgebogen. Also jetzt bringt er noch die AfD hier mit rein. Was hat die hier zu suchen? Was hat hier AfD-Kritik zu suchen? Denn der Fliegenschiss bezieht sich natürlich auf Gaulands blöden Text von, keine Ahnung, das ist auch schon eine ziemlich lange Zeit her und er hat sich dann auch erklärt und so weiter. Fliegenschiss war natürlich, okay, er hat es bezogen auf einen längeren Zeitraum, aber ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Gauland hier verteidigen oder so. Aber das ist doch völlig deplatziert. Wir sprechen jetzt hier auch nicht mehr über Terrorismus und wir sprechen auch nicht mehr über das, was zwischen Israel und Palästina stattfindet, sondern wir sprechen jetzt hier über, ja worüber sprechen wir? Jetzt sprechen wir über die AfD. Was ist denn das? Alle, die hinhören, können und müssen das wissen. Der Zweite Weltkrieg war ein Vernichtungskrieg gegen Juden. Für das Naziregime war die Vernichtung des europäischen Judentums das Hauptziel. Wow, okay, also ich meine, wie kann man das sagen? Wie kann man das sagen? Es ging in erster Liede darum, die Sowjetunion zu vernichten, das Russische zu vernichten. Das war der Kernpunkt, das war die Kernidee. Aber selbst wenn es anders wäre, kann man doch den Nationalsozialismus und die schrecklichen Gräueltaten des Nationalsozialismus nicht auf die jüdischen Opfer reduzieren. Das kann man doch nicht ernsthaft machen. Und weil unter den Rechtsextremen so manche Putin-Freunde sind, Putin lässt sich mit Vertretern der Hamas und der iranischen Regierung fotografieren und bedauert die zivilen Opfer im Gazastreifen, während er zivile Opfer in der Ukraine schafft. Also das schlägt wirklich jetzt dem Fass den Boden aus. Das ist unfassbar. Zunächst mal, ich könnte natürlich jetzt hier eine Vorlesung, einen Vortrag über die Ukraine und die Entstehung des aktuellen Krieges, der am 24.02.2022 begonnen hat, könnte ich natürlich jetzt hier erzählen. Das würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Was ich aber erzählen will und erzählen muss und unbedingt erzählen möchte, ist, dass die Vorgeschichte dieses Kriegs komplett ausgeblendet wurde und das ausgeblendet wurde, wie sehr der Westen, die NATO und die USA diesen Krieg provoziert haben. Dieser Krieg war gewollt. Er war gewollt. Und was, das in aller Kürze, in aller, aller Kürze, ich habe dazu andere Videos und Podcasts und Interviews gemacht, also wer sich damit näher beschäftigen möchte, der soll einfach ein bisschen gucken bei uns. Also das zur Ukraine. Jetzt die Tatsache, dass Putin sich mit Hamas und mit iranischen Vertretern trifft, ja, das ist ja Wahnsinn, oder? Habeck, Schreiberling, Kinderbuch, Schreiberling. So agiert man politisch, international, diplomatisch, wenn man versucht, einen Konflikt zu lösen. Man setzt sich mit den Konfliktparteien zusammen. Und wahrlich hat es ja nun wirklich, auch wenn du sagst, es wäre brüchige Solidarität gewesen, es ist doch Hanebüchen, es gibt doch keine brüchige Solidarität. Was Israel jetzt veranstaltet, als Tituliert, als Selbstverteidigungsrecht, was in keinem Verhältnis zu irgendwas steht, was ganz, ganz, ganz sicher in die Geschichte eingeht, als schlimmste Tat, die man sich in der Menschheitsgeschichte vorstellen kann, unter anderen schlimmen Taten. Aber das gehört definitiv zu den Top Ten. Das wird vom Westen, von der NATO, von den USA völlig hingenommen und akzeptiert. Und wenn jetzt Putin oder wer auch immer sich mit der Hamas und iranischen Vertretern zusammensetzt, dann heißt das doch nicht, dass die einen Fototermin haben, bei Kaffee und Keksen ein kleines bisschen dummes Zeug reden und dann wieder auseinander gehen. Sondern das bedeutet, dass es hier darum geht, einen Konflikt möglicherweise zu lösen. Das geht nur, wenn man mit den Konfliktparteien und auch mit der gegnerischen Konfliktpartei spricht. Aber das kannst du ja sowieso nicht nachvollziehen. Du bist ja auch nicht bereit, mit den Russen zu sprechen, schon seit dem 24. Februar 2022, weil ja angeblich der Russe nicht mit dir sprechen will. Ja, das ist süß, wirklich. Natürlich muss man sich mit der Hamas zusammensetzen, das ist doch gar keine Frage. Natürlich muss man sich gerade mit den iranischen Vertretern zusammensetzen, weil die eine unglaubliche Macht haben in der Region. Das ist doch überhaupt keine Frage. Also, also, wirklich. Seine Freunde in Deutschland, die sind gewiss keine Freunde der Jüdinnen und Juden. Okay, gut. Nächster Punkt. Also, Putin und seine Freunde in Deutschland, ich weiß gar nicht, bin ich damit jetzt gemeint? Bin ich jetzt persönlich angesprochen? Ich meine, wir sind eigentlich nicht befreundet. Also, bin ich jetzt dann dementsprechend kein Judenfreund oder im Umkehrschluss Judenhasser oder Antisemit? Was unterstellst du hier? Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken. Und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen. Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Welche große Widerstandserzählung? Wo wird denn Antikolonialismus mit Antisemitismus irgendwie gleichgesetzt oder vermengt oder vermischt? Und wer macht denn das eigentlich? Vielleicht können mir ja die Zuschauer helfen und in den Kommentaren mal reinschreiben, was da läuft oder was ich jetzt hier irgendwie nicht verstehe oder so. Ich finde, er wird immer blubberiger und vager. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was er zum Ausdruck bringen möchte. Außer, dass er irgendwie offensichtlich ja mehr oder weniger jedem, der nicht passt, irgendwie Antisemitismus unterstellt. Und um Putin-Freundschaft natürlich. Der Seitenargument führt hier in die Irre. Die Hamas ist eine mordende Terrorgruppe, die für die Auslöschung des Staates Israels und den Tod aller Juden kämpft. Das ist, soweit ich informiert bin, falsch. Und Norman Pech, sagte vor kurzem, ich kann das Interview auch verlinken, sagte kürzlich, dass es vielleicht mal so gewesen sein mag in den 70ern. Das hat sogar die Claudia Major gesagt, dass es damals durchaus noch Verdichtungsfantasien in den umliegenden Ländern Israels gegeben hat. Aber das spielt faktisch keine Rolle mehr. Und die Hamas, das gebe ich jetzt wieder, wie es Pech gesagt hat. Wie gesagt, ich verlinke das Video unter diesem hier. Die Hamas will nicht mehr und nicht weniger, als dass die Israelis aus dem Gazastreifen und aus den anderen besetzten Gebieten rausgehen. Das ist alles. Da ist kein Vernichtungsakt im Spiel. Und da ist auch keine Nichtanerkennung des Existenzrechts Israels im Spiel. Da bin ich jetzt tatsächlich vorsichtig. Wie gesagt, ich beziehe mich da jetzt auf die Stimme von einem einzigen Menschen, den ich hier auch unten verlinke. Das mag sein, wenn es da andere Publikationen gibt oder eindeutige Hinweise darauf gibt, dass auch heute noch akut das Ziel der Hamas, der Hezbollah oder wem auch immer ist, Israel zu vernichten. Dann bin ich aufrichtig dankbar für seriöse Informationen darüber. Aber mein Informationsstand ist der, dass es nicht um die Vernichtung Israels geht, sondern dass es darum geht, dass der Besatzungsstatus aufgehoben wird, indem Israel die besetzten, besiedelten, zwangsbesiedelten Gebiete wieder verlässt. Klarheit, mit der das wiederum zum Beispiel die deutsche Sektion von Fridays for Future auch in Abgrenzung zu ihren internationalen Freunden konstatiert hat, die wiederum ist mehr als respektabel. Ja, natürlich. Mit Fridays for Future muss er sich natürlich auf jeden Fall gut stellen. Man könnte übrigens hier auch noch, ich weiß gar nicht, soll ich das jetzt machen? Ich mache das jetzt einfach mal. Die Tatsache, dass Fridays for Future im internationalen Bereich tatsächlich, ja man muss es so sagen, differenzierter reagiert hat als Fridays for Future Deutschland, könnte natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass die Sicht der Menschen anderer Länder auf diesen oder eben auch auf andere Konflikte einfach insgesamt ein bisschen breiter gefächert ist, dass die einfach breiter aufgestellt sind in der Betrachtungsweise von Konflikten. Möglicherweise sich dann eben auch auf die genau gegenteilige Seite schlagen, das will ich ja gar nicht ausschließen, wobei ich das jetzt bei Fridays for Future im internationalen Bereich so nicht wahrgenommen habe, sondern da ging es tatsächlich um die vielen, vielen toten Zivilisten, so wie ich das verstanden habe. Und dass Fridays for Future Deutschland da jetzt genau das erzählt, das Narrativ runterplappert, dass sowieso alle runterplappern, das ist klar, dass Habeck das freut, spricht aber auch nicht unbedingt für Fridays for Future oder für die Fähigkeit, sich vielleicht einen Konflikt mal von allen möglichen Seiten anzugucken. Das ist ja das, was in Deutschland sowieso nicht mehr gewünscht, nicht mehr zugelassen ist und teilweise ja auch verboten wird durch Hausdurchsuchungen, Gerichtsurteile, Kontosperrungen, Kündigungen, Auftragsentzug etc. etc. Wenn ich in der Türkei war, wurde mir vorgehalten, dass in Deutschland pro-palästinensische Demonstrationen verboten seien und dass Deutschland seine humanitären Ansprüche auch auf die Menschen in Gaza übertragen müsse. Ich machte klar, dass bei uns Kritik an Israel natürlich erlaubt ist und dass es eben nicht verboten ist für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser und auch ihr Recht auf einen eigenen Staat einzutreten. Aber der Aufruf zur Gewalt gegen Juden oder das Feiern der Gewalt gegen Juden, die sind verboten. Okay, das muss man nochmal ganz kurz sozusagen unterm Strich zusammenfassen. Also man kann, man muss es anders formulieren, man konnte vor dem 7. Oktober, konnte man sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, man konnte Israel kritisieren, man konnte sich auch gegen die Besatzung aussprechen. Das konnte man alles machen als Palästinenser, konnte man das machen. Es hat halt nur zu nichts geführt. Also man konnte im Prinzip vor dem 7. Oktober konnte man ohne irgendwelche Repressionen oder sonst was befürchten zu müssen, konnte man den ganzen Tag lang die Wand anquatschen. Und sein Leid klagen über Besiedlung, Besetzung, Vertreibungen, all diese Dinge, die Israel halt so im Gazastreifen macht. Das durfte man tun, das ist spitze. Also wie gesagt, es wurde nichts daran geändert, es wurde nichts daran verändert, es wurde nichts daran getan, aber man wurfte das tun. Gut, okay. Und zwar zu Recht. Ja, das Leben in Gaza ist Leben in Perspektivlosigkeit und Armut. Ja, die Siedlerbewegung in der Westbank schürt Unfrieden und nimmt Palästinensern Hoffnung und Rechte und zunehmend auch Leben. Und das Leid der Zivilbevölkerung jetzt im Krieg ist eine Tatsache, eine fürchterliche Tatsache. Jedes tote Kind ist eines zu viel. Ja, dann mach was dagegen. Das ist doch, das ist doch alles. Ist doch gar nicht so schwer. Das anzuerkennen, jetzt wird es dann gleich wieder negiert. Ist schrecklich, aber stellt euch nicht so an. Ich fordere humanitäre Lieferungen, setze mich dafür ein, dass Wasser, Medikamente, Hilfsgüter nach Gaza kommen, dass die Flüchtlinge geschützt werden. Zusammen mit unseren amerikanischen Freunden machen wir Israel immer wieder deutlich, dass der Schutz der Zivilbevölkerung zentral ist. Zusammen mit unseren amerikanischen Freunden machen wir das. Gut, okay. Lass ich unkommentieren. Der Tod und das Leid, das jetzt über die Menschen im Gazastreifen kommt, sind schlimm. Das zu sagen, ist so notwendig wie legitim. Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden aber kann damit dennoch nicht legitimiert werden. Antisemitismus kann damit nicht gerechtfertigt werden. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber Antisemitismus oder das, was du als Antisemitismus bezeichnest, ich habe ja zu Anfang des Videos gesagt, dass man da sowieso sehr vorsichtig sein muss, insbesondere bei der Vermischung von Kritik an einer Politik, israelischen Politik und Antisemitismus oder Judenhass. Also das ist nicht so einfach. Aber im Zweifel ist halt alles antisemitisch und wird hart bestraft. Und was die humanitäre Lage im Gazastreifen angeht, ist es schrecklich, aber es wird nicht hart bestraft. Es wird nicht sanktioniert, es wird nichts gemacht. Also du, du, du reicht nun mal nicht aus, wenn mittlerweile 9, 10, 11.000 Leute ums Leben gekommen sind. Reicht nicht aus. Natürlich muss sich Israel an das Völkerrecht und internationale Standards halten. Aber der Unterschied ist, wer würde solche Erwartungen je an die Hamas formulieren? Und weil ich kürzlich im Ausland damit konfrontiert wurde, wie der Angriff auf Israel am 7. Oktober als, Zitat, unglücklicher Vorfall verharmlost wurde, ja sogar die Fakten in Frage gestellt wurden, noch einmal hier in Erinnerung gerufen. Es war die Hamas, die Kinder, Eltern, Großeltern in ihren Häusern bestialisch ermordet hat, deren Kämpfer Leichen verstümmelt haben, Menschen entführt und lachend der öffentlichen Demütigung ausgesetzt haben. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Geschichte. Wie viele Menschen sind vor dem 7. Oktober im Gazastreifen umgekommen? Und auf welche grausame Art und Weise? Hat jeweils irgendein Hahn danach gekräht? Wieder einmal macht Habeck und machen auch alle anderen politischen Hayopays in Deutschland das, was sie, ja man muss es wohl so sagen, was sie inzwischen immer machen, sie blenden die Vorgeschichte aus. Man kann die Vorgeschichte nicht ausblenden, man darf die Vorgeschichte nicht ausblenden und genau das macht Habeck. Er löscht regelrecht die Vorgeschichte aus. So kann man argumentieren, aber das ist luftleerer Raum. Das ist nicht mehr faktenbasiert, das ist auch nicht kontextualisiert. Das ist nichts, das ist ein Witz. Es sind Berichte des schieren Horrors und dennoch wird die Hamas als Freiheitsbewegung gefeiert? Dazu, jetzt muss ich nochmal auf Norman Pech zurückkommen, der hat nämlich dazu was ganz Interessantes gesagt, das gebe ich jetzt auch wertfrei wieder, ich fand es nur tatsächlich interessant als Gedanken. Er sagte, dass die Freiheitsbewegungen, zum Beispiel auch die Bewegungen gegen die Apartheid in Afrika etc. und auch andere Freiheitsbewegungen, ich glaube zum Beispiel auch Solidarność, wurden jeweils von den Gegnern als Terror oder zumindest staatlich nicht legitimierte, meistens glaube ich sogar tatsächlich als Verbrecher oder Terrorbewegung tituliert. Das ist ja klar, also ich meine, es ist ja logisch. Also wenn eine Bewegung eine kritische Masse erreicht hat und eine gewisse Wirksamkeit, eine gewisse Stärke erreicht hat, dann ist es natürlich für den Gegner wichtig, sie zu delegitimieren, ist ja ganz klar. Und dementsprechend wird dann aus einer Bewegung, wie auch immer sie geartet ist, von vornherein eine Bewegung von Verbrechern oder eben Terroristen, Kriminellen gemacht. Das ist nicht neu. Also wie gesagt, ich sage das hier wertfrei. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich da jetzt bei Norman Pech so mitgehe, wie er das formuliert. Aber ich finde trotzdem, dass es ein Gedanke ist, den man einfach mal zulassen sollte. Man sollte einfach mal, vielleicht sollte man einfach mal den ein oder anderen Gedanken zulassen. Gar nicht, um ihn zu unterstützen oder zu unterstreichen oder weiterzutragen oder so. Von mir aus auch, um ihn kontrovers zu diskutieren und dagegen anzudiskutieren und zu sagen irgendwie, das kann man nicht vergleichen, die Apartheid oder Solidarność in Polen oder so mit der Hamas, das kann man nicht vergleichen. Das eine Warnbefreiungsbewegung, das andere ist ganz klar eine Terrororganisation, auch wenn sie letztlich alle so bezeichnet werden. Wie gesagt, kann man diskutieren. Also meine Einschätzung oder auch die von dem Norman Pech ist keinesfalls in Stein gemeißelt, aber durchaus meiner Meinung nach zumindest ein interessanter Aspekt. Das ist eine Verkehrung der Tatsachen, die wir nicht stehen lassen können. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Der Angriff auf Israel erfolgt in einer Phase der Annäherung mehrerer muslimischer Staaten an Israel. Es gibt die Abraham-Abkommen zwischen Israel und muslimischen Staaten der Region. Jordanien und Israel arbeiten in einem großen Trinkwasserprojekt zusammen. Saudi-Arabien war auf dem Weg, seine Beziehung zu Israel zu normalisieren. Aber ein friedliches Miteinander von Israel und seinen Nachbarn, von Juden und Muslimen, die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung, all das wollen die Hamas und ihre Unterstützer, insbesondere die iranische Regierung, nicht. Ja, das ist eine Behauptung, das ist eine Unterstellung, die durch nichts zu beweisen ist, durch nichts belegt werden kann. Das ist eine reine Spekulation, eine reine Vermutung. Wie gesagt, das ist eine Unterstellung. Abgesehen davon, die Tatsache, dass es jetzt Annäherungen zwischen Israel und arabischen Ländern gegeben hat, heißt erstmal noch nicht, dass dadurch den Palästinensern in irgendeiner Form geholfen ist. Die sind nach wie vor abgeriegelt, egal wie viele Gespräche Israel mit anderen Ländern führt. Und jetzt dann noch in diesem Kontext, das ist eine sehr spezielle Form der Kontextualisierung, ich würde mal sagen sehr eigenwillig, man könnte auch sagen eine ziemlich schwachsinnige Form der Kontextualisierung, jetzt zu behaupten, dass im Grunde sogar die Zwei-Staaten-Lösung im Raum stand. Also die Rupze muss man erstmal haben, um das wirklich zu bringen. Denn das ist, sorry, Bullshit. Schlicht und ergreifend Bullshit. Sie wollen es zerstören. Wer die Hoffnung auf Frieden in der Region nicht aufgegeben hat, wer am Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat und eine wirkliche Perspektive festhält, und das tun wir, der muss jetzt in diesen Wochen der Bewährung differenzieren. Und zur Differenzierung gehört, dass die Mordtaten der Hamas Frieden verhindern wollen. Die Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel. Und deshalb gilt unverrückbar. Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das. Ja, ich mache dann Ausschluss an dieser Stelle. Aber eins möchte ich ganz gerne noch ganz kurz fallen lassen, einfach so als kleinen Informationsschnipsel. Tatsächlich ist es so, dass die Hamas eine internationale Untersuchung zum 7. Oktober 2022 gefordert hat. Auch das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.